Du spielst mit dem Gedanken, gleich mehrere YouTube-Kanäle zu öffnen oder zu deinem bestehenden YouTube-Kanal einen Zweitkanal zu erstellen? Die gleiche Frage stellt sich Kugel on Track. Der hat mich nämlich unter dem Hashtag Wie geht YouTube folgende Frage gestellt. Hi Jan, könntest du mal ein Video machen, in dem du die Vor- und Nachteile eines Zweitkanals erklärst? Zum Beispiel auch, wann es sich anbietet, einen Zweitkanal zu machen und was man neben den allgemeinen Dingen beachten sollte. Ist es besser, Videos mit verschiedenen Inhalten auf einem Kanal zu veröffentlichen oder besser, für ein eigenes Thema einen eigenen Kanal zu nehmen? Damit wollen wir uns in diesem Video einmal beschäftigen. Ich zeige dir genau, wann es sinnvoll ist und wann du unbedingt die Finger davon lassen solltest, einen zweiten YouTube-Kanal zu starten. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und wenn du einen YouTube-Kanal hast und darauf mehrere Themen bespielst, dann entsteht relativ schnell ein Problem. Wenn diese Themen verschiedene Zielgruppen ansprechen, dann hast du Zuschauer, die kommen auf deinen YouTube-Kanal, die gucken sich ein Video an und finden es gut und denken, ja komm, vielleicht abonniere ich den Kanal, ich gucke mal, was der Kanal sonst noch so macht und dann sehen die, da sind ganz viele Videos, die interessieren mich überhaupt nicht. Dann ist die Chance, dass diese Leute den Kanal abonnieren, viel geringer. Und auch wenn YouTube in der Zukunft diesen Leuten, selbst wenn die vielleicht auch den Kanal abonniert haben, regelmäßig Videos vom Kanal ausspielt, wenn die dann regelmäßig sehen, hey, da kommen irgendwelche Themen, die interessieren mich überhaupt nicht, dann deabonnieren die Videos oder YouTube lernt einfach, ach, diese Zuschauer interessieren sich nicht für die Videos vom Kanal, weil ständig klicken die nicht drauf. Für den Zuschauer ist das doof, für dich ist das doof, das bringt niemandem was. Deshalb kommt an der schnelle Stelle schnell die Frage auf, macht es Sinn, das vielleicht auf mehrere Kanäle aufzuteilen? Und die Frage ist hier wirklich eine Zielgruppenfrage. Das heißt, wenn du unterschiedliche Themen hast, die aber nah aneinander sind, die die gleichen Leute ansprechen, dann kann man das auch auf einem YouTube-Kanal machen. Aber vor allem, wenn die sehr unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, dann solltest du das nicht auf einem YouTube-Kanal machen. Und dann können zwei YouTube-Kanäle durchaus sinnvoll sein. Die Videos sind dadurch einfach deutlich besser organisiert für den Nutzer, deutlich sinnvoller. Man bekommt nur die Inhalte, für die man sich interessiert, von diesem einen Kanal. Und damit kannst du dir da eine viel bessere Community aufbauen, diese Probleme umgehen, die ich gerade gesprochen habe, und besser mit dem einzelnen Kanal wachsen. Dabei muss eine unterschiedliche Zielgruppe noch nicht mal bedeuten, wir haben quasi komplett getrennte Zielgruppen, sondern häufig ist es, gerade wenn man so eine Art Zweitkanal macht, ist es ein Teilset der eigenen Community. Bei einem klassischen Zweitkanal hat man ja einen Hauptkanal, auf dem Inhalte veröffentlicht werden. Die gefallen ja eine bestimmte Menge von Leuten. Und dann hat man andere Inhalte vom gleichen Creator, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen, aber die nur ein Teil der Leute gefallen. Und auch das wäre eine legitime andere Zielgruppe an dieser Stelle. Was auch ein großer Vorteil von einem Zweitkanal sein kann, ist, dass du da einfach mal dich kreativer ausleben kannst. Auf deinem Hauptkanal erwarten die deine Zuschauer ein bestimmtes Format. Wenn du was ganz anderes ausprobieren möchtest, kann das sinnvoll sein, sowas auf einem Zweitkanal zu machen. Du bist da einfach flexibler. Aber, und da kommt das große Aber, es gibt natürlich auch viele Nachteile von Zweitkanälen und nicht nur diese primären Vorteile, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Die erste große Frage, die du dir unbedingt stellen solltest, ist, wie viel Zeit hast du für deinen YouTube-Kanal? Wenn du sagst, ich mache das Ganze nebenbei, neben einem anderen Job, ich habe vielleicht in der Woche zehn Stunden Zeit oder sowas, dann musst du dir wirklich die Frage stellen, sollte ich diese zehn Stunden auf zwei Kanäle aufteilen? Und selbst wenn du das hauptberuflich machst, wenn du in der Woche 40, 50 Stunden an deinem YouTube-Kanal arbeitest, dann hast du natürlich mehr Zeit für einen Kanal, wenn du nur einen Kanal betreibst. Und sobald du deine Zeit da aufteilst, hast du weniger Zeit auch für deinen Hauptkanal. Jetzt überlegen wir uns mal, du hast vielleicht diese zehn Stunden, steckst die alles in einen YouTube-Kanal oder du hast die zehn Stunden und steckst fünf Stunden in einen Kanal und fünf Stunden noch in einen anderen Kanal oder einer ist dein Hauptkanal, da steckst du acht Stunden rein und nochmal zwei in einen Zweitkanal. Muss man sich trotzdem die Frage stellen, wann wird dein Kanal wahrscheinlich besser wachsen? Das heißt, an der Stelle solltest du dir schon mal ganz gut Gedanken machen, ob das überhaupt sinnvoll ist, deine Zeit da irgendwie aufzusplitten. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn du versuchst, mehrere Social Medias gleichzeitig aufzuziehen. einen YouTube-Kanal, einen Instagram-Account, einen TikTok-Account und so weiter. Auch damit diversifizierst du deine Ressourcen sehr stark und auch das ist dann immer die Frage, ist das wirklich sinnvoller, als wenn du dich auf eine Sache konzentrierst? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit diesen Zirkusartisten, die diese Teller andrehen. Stell dir mal vor, du hast so jemanden und erinnst dich irgendwie fünf unterschiedliche Stäbe in der Hand und versuchst, fünf Teller gleichzeitig anzudrehen. Die werden alle auf den Boden fallen und zerbrechen. Nein, was machen diese Leute? Die drehen einen Teller an, bis der dreht. Dann nehmen diese einen zweiten Stock, drehen den nächsten Teller an, bis der sich dreht und den nächsten, bis der sich dreht. Und dann drehen sich immer mehr Teller und dann kriegen die vielleicht später noch mal ein bisschen Geschwindigkeit, wenn die langsamer werden. Aber so ähnlich ist es da im Endeffekt auch bei den YouTube-Kanälen. Also wenn du einen YouTube-Kanal dir aufbaust und da die volle Energie reinsteckst, dann kannst du später immer noch dich wieder auf andere Sachen konzentrieren. Und deshalb ist das auch die zweite Frage. Wie groß ist denn schon dein YouTube-Kanal? Hast du bisher einen Kanal, der wächst aber nicht, dann wird dir ein Zweitkanal nicht helfen. Also dann wirst du damit nicht vorankommen, wenn du plötzlich doppelt so viele Kanäle hast, die mehr Arbeit machen musst, aber weniger Zeit für beide Kanäle hast und die nicht zum Wachsen bringst. Dann musstest du dir wirklich überlegen, okay, kann ich nicht vielleicht einfach eins der Themen ausklammern von meinem YouTube-Kanal, wenn ich aktuell so viele Themen habe. Wenn du mehrere Hobbys hast und die alle auf unterschiedlichen YouTube-Kanälen bespielen willst, dann hast du wahrscheinlich nicht genug Fokus, um einen vernünftig voranzubringen. Tatsächlich würde ich sagen, ein Zweitkanal lohnt sich erst, wenn du in der Größenordnung von 100.000 Abonnenten plus bist. Weil das Schöne ist auch, dann wird der Zweitkanal auch viel einfacher wachsen. Wenn du erstmal eine große Zuschauerschaft hast, dann kannst du es viel einfacher schaffen, Leute auf einen Zweitkanal, auf ein anderes Social Media, was auch immer rüberzuschieben, weil du schon so viele Leute hast, die dich kennen, die dir folgen und so weiter. Dann wird das Ganze einfacher. Das heißt, guck, dass du vielleicht erstmal mit maximaler Energie einen Kanal aufbaust und dir dann Gedanken um einen Zweitkanal machst. Denn neben diesen Wachstumsschwierigkeiten gibt es auch noch ein paar andere Probleme von Zweitkanälen. Die erste Sache ist, dass du das Risiko natürlich auch läufst, dass du die Zuschauer verwirrst. Gerade wenn du einen Zweitkanal hast und nicht einfach zwei komplett unabhängige YouTube-Kanäle, die nichts miteinander zu tun haben. Die nichts miteinander zu tun haben, kein Problem, sind das unterschiedliche Kanäle. Natürlich trotzdem noch die Ressourcenfrage, dann sind das erstmal unterschiedliche Kanäle. Wenn du aber einen Erstkanal, einen Zweitkanal hast, die hängen irgendwie zusammen, dann ist natürlich die Chance da, dass manche Zuschauer nur einen von den beiden Kanälen abonnieren und den anderen gar nicht finden. Dann kann das sein, dass selbst wenn jemand beides interessieren würde, dass die Navigation erstmal kompliziert ist, dass die Leute nicht genau das erstmal direkt verstehen, was ist dieser Erstkanal, Zweitkanal. Du musst auch damit rechnen, dein Zweitkanal wird nicht so groß werden wie dein erster Kanal. Es gibt Beispiele, aber super selten, dass der Zweitkanal größer oder ähnlich groß ist wie der Erstkanal. Das wird immer so ein Zweitkanal eben sein. Und dementsprechend musst du dir da wirklich Gedanken machen, will ich das, ist das das, was ich möchte, mache ich damit, verwirre ich meine Zuschauer damit, gerade wenn es dann doch die gleiche Zielgruppe ist, dann könnte das auch sein, dass es einfach sinnvoller ist, alles auf einem Kanal zu machen. Und auch wenn es um Monetarisierung, Werbepartnerschaften geht, ist ein Zweitkanal meistens uninteressanter. Das heißt, gerade wenn du in so einer großen Größenordnung bist, wie ich die eben angesprochen habe, wo es wirklich auch sinnvoll sein könnte, sich Gedanken über einen Zweitkanal zu machen, weil du dann damit rumprobieren kannst und so weiter, dann würde ich mir trotzdem da so ein bisschen mal überlegen, wenn das wirklich das ist, womit du auch dein Geld verdienst mit dem YouTube-Kanal, dann ist ein Zweitkanal meistens uninteressanter. Wenn du jetzt also mit dem Gedanken spielst, einen Zweitkanal zu eröffnen oder zwei unabhängige YouTube-Kanäle zu eröffnen, was solltest du dir da, wie solltest du da vorgehen tatsächlich dann auch? Erstmal solltest du dir natürlich die Frage stellen, habe ich genug Ressourcen? Ist es sinnvoll, zwei Kanäle zu eröffnen oder einen Zweitkanal zu eröffnen? Der Hauptkanal sollte darunter nicht leiden, wie eben schon beschrieben. Da würde ich mir wirklich Gedanken drüber machen und auch klar sein mit den Erwartungen, die man an einem Zweitkanal hat, was die Größenordnung ist von dem Kanal und was man überhaupt von dem Kanal möchte. Was möchte man da für Inhalte erstellen? Da eine klare Strategie zu haben, warum eröffne ich diesen Zweitkanal und wofür will ich den benutzen? Und es geht natürlich auch damit einher, sich zu überlegen, welche Zielgruppe soll dieser Zweitkanal ansprechen? Für wen soll er gut sein? Und dann die Marke entsprechend zu entwickeln. Du hast wahrscheinlich auf deinem Hauptkanal schon eine Marke und wenn das zwei unabhängige YouTube-Kanäle sind, klar, dann sollten die einzelne Marken sein, aber gerade wenn du einen Hauptkanal und einen Zweitkanal hast, dann musst du dir schon mal Gedanken machen, okay, wie schaffe ich es, dass die beiden sich voneinander abheben, aber dass man trotzdem erkennt, dass die beiden Kanäle zusammengehören. Und da musst du es das irgendwie schaffen, mit der Marke wirklich vernünftig auch hinzubekommen. Wenn du dann mit deinem Zweitkanal startest, dann ist vor allem eine Sache wichtig und das ist, das gut an deine Zuschauer zu kommunizieren. Es ist wahrscheinlich sinnvoll, dazu ein Video zu machen, eventuell auch zwischendurch mal Community-Posts, um auf Videos vom Zweitkanal aufmerksam zu machen, um es überhaupt erstmal zu schaffen, den Leuten, deinen Zuschauern, von deinem Zweitkanal zu berichten. Zu sagen, es gibt diesen Zweitkanal, dass die Zuschauer auch diesen zweiten Kanal von dir finden können. Also überleg dir eine initiale Kommunikationsstrategie, aber auch eine langfristige Strategie, wie du die Kanäle miteinander verknüpfst, wie du es schaffst, dass das Ganze auch vernünftig gemeinsam funktioniert und dann musst du natürlich auch langfristig auf beide Kanäle ein Auge werfen. Schaffen, dass du regelmäßig für beide Kanäle produzierst oder der Zweitkanal ist wirklich einfach nur dein reiner Spaßkanal quasi. Du machst es dann, wann du willst. Auch das ist legitim. Das solltest du von Anfang an klar dir sein, aber natürlich auch Community-Management auf beiden Kanälen machen. Das wird nicht wegfallen. Du wirst sowohl auf dem Hauptkanal als auch auf dem Zweitkanal mal in die Kommentare und so Sachen gucken müssen. Das heißt, sei dir dessen bewusst, dass du dann zwei Kanäle auch gleichzeitig betreiben und einen Blick drauf haben solltest. Tatsächlich gibt es einen Spezialfall, wo ein Zweitkanal oder mehrere YouTube-Kanäle häufig sinnvoll sind und das ist bei der Internationalisierung. Es kommt ein bisschen darauf an, was jetzt auch in Zukunft zum Beispiel die verschiedenen Untertitelspuren bringt, aber meistens ist es sinnvoll, wenn man in verschiedenen Sprachen den gleichen Kanal aufsetzen möchte, dass man dann auch wirklich mehrere Kanäle aufsetzt und nicht einen Kanal mit mehreren Sprachen macht. Mehr dazu habe ich dir in diesem Video schon mal erzählt. Das heißt, falls das dein Hintergrund ist, schau dir gerne mal das Video an. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir in diesem Video ein bisschen was über Zweitkanäle erzählen konnte und du mehr Klarheit hast, ob das was für dich ist oder nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.